und damit hallo und herzlich willkommen mit diesen wunderbaren geräuschen zurück bei let's play puppy playtime hier beim letzten game und wir wissen nicht was das genau ist das soll ein hund oder was immer sehen was ich machen muss ich hoffe ich finde ein video wo mir das mal klappen aber es klingt so als finde ich es doch nicht aber mami kommt doch noch oder und erklärt mir die ganze kacke läuft alles hier okay da ist es willkommen zu statuen this advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength okay the rules are simple the lights will turn off you can move through the obstacle course at this time however when the lights turn on you can look around but cannot move you may move again once the lights turn back off the lovable pj pugapillar will follow you if pj reaches you your test is over oh nein ach du scheiße good luck ich bin ja erschrocken hey tj okay it was always so sad to see the kids go they called me mommy because i was the closest thing they ever had to one but they come for games and never come back they left mommy to die so if anyone deserves to die alone it's you das ist nett das ist nett das ist nett ich denke wenn es nicht an ist darf ich nicht okay naja wir haben uns die tot gestellt mal sehen wie oft wir das machen sie sind geil die scheiße mal sehen wie oft wys Mal sehen wie oft wir können wir machen uns hier ganz stark so w Nä. Okay. Cool. Ich werds geht. Äg weh is es. Böse Hundi! äh guta Hundi! Lieba Hundi. Ach du Scheiße! Du Mistviech!!! Du blödes Mistviech! Boah! Ich bin ja schon. Hehehehe. Okay, ich hab beschissen. Ich geb's zu. Ich bin ja schon. Ich nehme mal die Mitte, weil Easy ist bestimmt eine Verarsche, oder? Nicht gewesen, ob wirklich hart hart ist und easy easy, deswegen nehme ich die Mitte, da kann ich nicht viel falsch machen. Das könnte aber auch wieder eine Verarsche sein, scheiße. Ach du Scheiße. Das ist mir viel. Absolut. Ich komme zu einem Nioh. Ich komme zu einem Nioh. Die Drecksäcke. Dieses komische Geräusch. Uh-oh. Das blöde Mistvieh. Und das hier auch? Oh, das kann hier nie aufkommen. Und du? Was? Ah, ich bin nur beschadet. Ich hab das Loch übersehen. Ah. Ich bin nur beschadet. 1 Come back and money will give you the code Pinky promise Uh oh Money knows the day is really hard The Lord has just decided to be one Command The rules are so simple You die Mommy gets to watch Come back to me Okay How dare you disobey me I will find you I will find you And when I do Okay Hey mommy Uh huh Was zur Hölle Okay mommy Come out I I Ich hab deine Spiele Deine Beschissspiele hab ich bestanden Ach scheiße Oh god Wo folgt die mich jetzt Okay Okay Jetzt nichts weiter Dann Muss man hinein Besser mommy Besser mommy Besser mommy Entschuldigung Besser mommy 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 knows best Alles klar Okay 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 Autorized personal only Okay okay Jetzt müssen wir hier wieder Strom zusammenfügen Okay Nee Ich hab irgendwie das Gefühl dass ich von mommy wegrennen muss Was ist Was ist Was ist Was zur Hölle Water treatment Oh oh Was war denn das Jetzt hat's was geladen Das lädt ja immer so gut Game station Auto treatment Okay 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 Ich hier eine Kassette was ich nehmen kann Ich brauche eine Kassette damit ich mir das angucken kann Mir liegt aber keine Kassette Okay Ich hier eine Kassette Okay 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 Nobody needs to daten Bay 2 Game station Hier komme ich aber auch nicht durch Ach du neune grüne Ach du neune grüne Hier war zu Wie ist denn hier irgendwo eine Kassette rum? Ich finde wieder keine Kassette Hallo, habt ihr eine Kassette gesehen? Liegt denn hier irgendwo eine Kassette rum? No, liegt auch keine Kassette rum. Oh, wie hast du den eingesammelt? Hm. Na dann, probieren wir es halt so. Keep your company secure. Crickets are promised. Okay. Termini... Termin... 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 Huh? Ooh. ah ok ich muss das so kriegen dass ich dort nicht so beise und nobody leaves us out of the toy ach scheißbombfehler war das jetzt im viertel immer? da ist ein halb, bist du bestäuert ok da machst du immer komplett du machst das komplett du nicht ne? genau da muss ich ja hin oder? ah ich muss mir doch ein spielzeug machen lassen oder so ein scheiß ich muss mir erst nichts holen ach damit ich raus kann ah ah ok 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 alles klar alles klar da rüber komm ich nie ne na na WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup Aber wenn du willst du bist oder nicht, das ist mein Frage! Also weil du du bist ne Bienenpieze bist, ne du bist ne Bien piance, jetzt verstehe Du und ich sind brauchst du für dich! Okay Nimm mir auch etwas geschreckt. Ich habe 아무それでは das machen Ich werde es an dir raus den Kleist xuindest Jack Kidding! Go have fun! Ach okay, wo was... Hä? Okidoki... Wo muss ich hin? Ach... Da... Wo ist das denn? Wo ist das denn? Kann ich schon nicht sagen... Oh, alter, was ist das denn jetzt schon wieder? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, alter, alter... Wo ist das denn jetzt? Wo ist das denn jetzt? Ach so, das war so ein Premium-Teil bloß, aber... Was muss ich denn jetzt machen? Ich verstehe das nicht... Die fahren da lang... Hm... Naja, gut, aber... Ich würde sagen... Das sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt... Let's play... Papi... Playtime! Sehen wir noch? Der gute Mami oder nicht? Das werden wir in der nächsten Folge sehen! Yeah, yeah, yeah! Bis denn! Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt aufs Klöckchen! Abo und... Like? Well... Ganz cool! Und ansonsten... Sagt der Michael Cooper... Ciao, Willy! ...vieh! Wir haben! Wir hatten... Wir haben jetzt... Vielen Dank.